Hausmittel gegen Pickel Der frische Saft der Aloe Vera Blätter gilt als sehr effektives Hausmittel gegen Pickel. Abends dünn auf die Haut aufgetragen und über Nacht dort belassen, zeigt er meist schon nach wenigen Tagen Wirkung. Eine innerliche Anwendung kann die Heilung zusätzlich verstärken. Apfelessig eignet sich aufgrund der enthaltenen Fruchtsäure gut zur Reinigung, Linderung von Entzündungen sowie der Verfeinerung des Hautbilds. Die größte Wirkung lässt sich erzielen, wenn dieser mit Wasser verdünnt getrunken wird. Äußerlich angewendet kommt der Essig im Badewasser oder bei einem Dampfbad zum Einsatz. Umschläge mit Heilerde können direkt auf die Pickel gelegt werden, ebenso wie Teebeutel, zum Beispiel mit Kamillenblüten. Ein natürliches Gesichtswasser aus dem Saft je einer Zitrone und Orange, vermischt mit etwas Heilwasser, wirkt klärend und reinigend. Weitere bewährte Hausmittel bei Hautunreinheiten sind Teebaumöl und Zinksalbe, die zum Austrocknen von Pickeln verwendet werden kann. Weitere Informationen zu natürlichen Heilmitteln finden Sie unter www.heilpraxis.de www.heilpraxis.de